Einen schönen Freitag. Guten Abend wünschen wir hier aus den Panzerstudios. Das ist ja, das ist gar nicht Playoff. Prozi? Ja, hallo. Hey, Prozi ist auch hier. Sag mal, hast du dein Auto auch gegen den Panzer eingetauscht? Ja, ich dachte so ein fettes Kanonenrohr und dann läuft das auch. Ja, leider können wir das nicht in den Playoffs direkt benutzen, das Kanonenrohr, weil sonst hätten wir das, glaube ich, heute öfters getan. Richtig. Ja, willkommen, Freunde, zu World of Tanks. Wieso, weshalb, warum, erzählen wir euch gleich. Wir springen jetzt gleich mal ins Gefecht. Ja, die Playoffs, die haben uns ja so ein bisschen dezent, sind die uns on the nerven gegangen mit diesem neuen Ranking-System und so. Und ja, da ist der Spielspaß so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, hat man bestimmt gemerkt. Und ja, jetzt haben wir gesagt, nachdem wir im letzten Livestream, wo sind wir denn jetzt? Wie wäre es, wenn, ach, das ist die Karte schon wieder. Fangen wir links rum. So, links rum. Genau. Nachdem wir uns im letzten Livestream mal ein bisschen über World of Tanks unterhalten haben, habe ich mir gedacht, naja, guckst du mal. Dann habe ich mir das mal installiert, mal kurz angeguckt. War eigentlich ganz lustig. Habe ich mir gedacht, so zur Abwechslung kann man das mit dem Brutzi mal zeigen. Dann hat der gesagt, ähm... Dann hat der Brutzi gesagt... Krasser Pferd. Und ja, dann haben wir gesagt, naja, statt Playoffs können wir doch mal hier eine Runde Tank aufnehmen. Ja. Und jetzt machen wir Play Tank. Genau. Hey, du Idiot. Meine Fresse. Nur Sonntagsfahrer hier unterwegs. Habe ich Ihren Führerschein in Polen gekauft, oder was? Dabei fahren hier fast keine polnische Panzer. Ich weiß jetzt nicht, wo wir sind gerade, ne? Echt nicht. Das ist die Karte, die wir gerade hatten. Nee, ist nicht. Ja, wie gesagt, wir sind auch relativ neu. Wir kennen uns hier eigentlich so gut wie gar nicht aus. Wir fahren, schießen und kaufen uns einfach neue Panzer. Genau, wir kennen uns gar nicht aus. Und wir kaufen auch einfach nur das, was cool aussieht und irgendwie ein bisschen was hermacht. Wir haben auch keine Ahnung, ob es gut ist oder nicht. Ich weiß auch nicht, was diese 0,13 da neben meinem Fahrradkreuz zu bedeuten hat. Nachladegeschwindigkeit. Ach was. Das weiß er, der Pro-Gamer hier. Ja, weil ich habe nämlich vorhin mein Interface ein bisschen eingestellt und da stand das dabei zufällig. Da habe ich gesehen, dass das ist... Oh, hier kriege ich aber wieder den Berg hoch. Oh, na dann Leute, stellt euch auf eine Slow-Mo bei mir ein. Oh, da ist ein Gegner. Mal gucken, ob ich den kriege. Oh Gott. Mit ganzen 17 kmh. Oh, ich schieße hier irgendwo in den Himmel. Alter. Guck mal, stell den Berg da hoch. 10 kmh, 13 kmh. Komm, schalten. So, hier ist aber niemand in Sichtweite. Oh, nee. Alles ruhig. Den sehen wir nicht. Da würde ich sagen, äh... Oh, fahren wir zum Felsen vor uns. Voll unauffällig, wie du die Bäume umfällst. Total. So, du links vorbei, ich rechts vorbei. Okay, kann nichts ausmachen. Oh, da hinten sind sie, oder? In so einem großen Feld, glaube ich. Hinter großem Berg. Dann fahren wir doch mal bis zum Berg. Oh, oh, oh. Fertig? Ja. Und Feuer. Oh Gott. Ich habe den nicht mal angekratzt. Ich auch nicht. Der war ungefähr doppelt so groß wie wir. Oh, oh, oh. Schnell weg. Und der schießt... Ja, ich fahre... Oh, oh, oh. Nicht umkippen. Ich fahre jetzt einfach mal hinter den Felsen hier. Ich auch. Ich habe Angst. Es hat ja geklappt. Richtig gut. Wie immer bei uns. Ja. Tja, wir hatten vorhin schon mal so ein bisschen getestet. So nennt man das. Also, ja. Ich habe es mal wieder verkackt. Wir können es ruhig so sagen. Links hinter uns ist einer. Ja, glaube ich. Ehrlich? Ja. Der war gerade gespottet. Okay, ich schaue nach vorne, du nach hinten. Ich sehe ihn nicht mehr. Das ist das Problem. Achso. Links von uns. Quasi rechts von dir. Siehst du ihn? Nee. Oh, 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 oh. Jetzt ja. Warte, ich komme vorbei. Mach bitte schneller. Ja, ich bin kaputt. Ich kratze sie nicht mal angekratzt. Boah, das ist so ein krasses Ding, ey. Shakes 32. Das ist ein... Alter. ...Valentine. Tier 4. Ja, gut. Das ist ja toll. Was soll ich... Wow. Tod? Nee, leider nicht. Nee. Jetzt verfolgt er nicht. Der kommt. Ah, hinter dir! Wow! Tja, da kommst du nicht runter, wa? Oh nein. Verdammt. Das sieht voll geil aus. Ich schalte gerade auf dich um. Da fährst du in den rein, ey. Voll geil. So, ich möchte jetzt nicht der Ari zugucken. Ich glaube, wir hätten uns den hier im Dorf anschließen sollen. Vielleicht eine bessere Idee gewesen. Weil wenn du guckst, der schaut schon besser aus. Naja, aller Anfang ist schwer, sag ich mal. Ja. Ich weiß, es gibt hier 6 Millionen Werte, in die man sich reinfuchsen kann. Mit Feuerkraft, Geschwindigkeiten, Panzerung und lauter Mist. Sexiness. Ja, ich hab da keinen Bock, mich reinzufuchsen. Ich will das einfach spielen. Spielen, dödeln. Gutes. Der Santiago, der hat sogar Premium-Tanor, äh, im Plackierum. Mach ihn kaputt, komm. Boah! Naja, wenn du Echtgeld investierst, dann kannst du dir die Dinger holen. Go get him. Go get him. Ja, 2 gegen 1. Jawohl. Boah! Boah! 129 Schaden. Oh, das ist noch ein Premium-Spiel hier. Komm, vor und schießen. Oh, nicht getroffen. Alter, was hält denn der aus, sag mal? Der ist krass, ey. Jawohl. Da ist er weg. Sieht gut aus, würde ich es tätig sagen. Ja. Also, ihr seht schon, hier gibt es richtig krasse Panzer, gegen die man echt keine Chance hat. Oh, oh. Tja, bis die da sind, das dauert. Na, vielleicht ist ja ein schneller Panzer dabei. Ordentlich, du. Na, guck mal, das ist so langsam, sind die nicht unterwegs, wenn man jetzt mal unsere Vergleich zeigt, sag ich mal. Ich brauche gar nicht mehr so viel Geld, dann habe ich den selben wie du. Dann geht es hier richtig gut, das sage ich dir nicht. Jawohl. Guck mal, Alter, der ist aber schon schnell. Bist du auch gerade bei dem Repo-Cut? Bei dem Wieso eben nicht gerade. Ah. Der ging gerade ganz schön ab, du. Aber der ist auch ganz woanders, also. Repo-Cut. Jawohl. Jawohl. Der hat vier Prozent, komm, geht drauf. Jawohl. Damit hat sich das so gesicht. Ah, nee. Da steht irgendwo noch. Das ist jetzt nur noch frei. Irgendwo steht noch ein. Da ist ein Haus. Junge, Bremsdok. Da ist er. Ja, ja. Seh ihn doch. Bitte seh ihn. Ja, der sieht ihn nicht. Ja, der ist eingekessert. Der ist eingekessert. Jawohl. 247 Schadenspunkte. Von hinten halt. T24 Skoda. Gib ihm von hinten. Skoda hat mal Panzer. Geh du von hinten. Ja, gib ihm von hinten, dann macht fett Schaden. Da ist ja keine Panzer rum. Ist klar, dass er da mehr Damage kriegt. Oh, gegnerischer Stützpunkt, oder? Jawohl. Kriegen sie gleich mal hier die Retour-Kutsche. Mit elf Prozent machen sie es. Oh, da kommt der Zweite. Es lebt ja auch nur noch ein Gegner, ne? Der nicht mal gespottet ist. Wahrscheinlich irgendeine Ari sein, die sich irgendwo versteckt. Yes, yo. Der sieht ja wirklich aus. Der sieht aus wie so ein Fisch. Welcher? Der Naruto-Dämon-Fox. Wie so ein Fisch. Na, guck ihn dir doch an. Ja, ja, ich weiß schon. Wie so ein Fisch. Fisch, fisch, fisch. So, gewonnen. Bifi, bifi. Bifi, bifi. Gewonnen. Ähm. Auch wenn ich tot war, ich hab gewonnen. Ja. Tollolo. So, dann schauen wir mal in den ausführlichen Bericht. Es hat, boah, 1035 hat das gekostet, meine Reparatur. Äh, meine 779. So, springen wir gleich ins nächste Gefecht. Jawohl. Ich brauche eh noch Geld. Ich brauche noch 5000 Gold, äh, Silber oder wie auch immer. Münzen. Ja, nennen wir es Münzen. Nennen wir es Münzen. Das macht's einfach. Hast du recht. So, und dann schauen wir mal, ob man vielleicht irgendwie, geben sie Acht, man kann nur mit einem vollständig reparierten Fahrzeug und vollständige Besatzung ins Gefecht. Das heißt, mein, wie hieß er? Panzer-Oberschütze-Knapp. Ne, Knack. Knack. Bäh. Ähm, wie wär's? Wir fahren nach rechts ins Dorf. Achso. Okay, jetzt. I have no belt. Rechts ins Dorf, oder was? Ja. Du bist ja crazy, ey. Meinst du hier schön In-Fight, oder was? Oh, warte mal. Wenn wir, wenn wir links rumfahren würden, hätten wir eine direkte, ne? Ja, aber da werden wahrscheinlich alle sein. Ja, drum. Wir bewegen uns irgendwo hinten. Wie? Ja, dann... Ne, komm, durchs Dorf. Okay. Orts- und Häuser-Kampf. Ja. Auf jeden Fall In-Fight. Jawohl. An den Gegner den Kampf rantragen. Mit dem Panzer verschanzen und an Kabumm! Ja. Wenn er vorbeigefahren ist. Oh Mann, der ist so groß neben mir. Ich hab Angst. Die bewegen sich nicht mal. Mann, sowas... Wow, geh weg von mir. Die ganzen Premium-Spieler, die bewegen sich alle nicht. Naja, die lassen den Kampf zu sich tragen. Ich fahre rechts über das Feld hinter dem Felsen lang. Das ist so noch voll weit weg von Gegnern. Das war... Das war cool gekreuzt, ey. Oh, da ist schon was. Hier ist eigentlich ein cooler Adi-Platz. Platz. Alter, die schießen von hier alle. Ist ja krass. Da hinten haben sie ja schon einen gespottet. Siehst du, warum bin ich hinter dem Felsen langgefahren? Bist du noch bei mir? Da bist du? Ne, da bist du. Oh, bitte nicht. Ich muss hier... Oh, da war ein Stein. Ich muss hier gerade die Mauer weg. Ich bin unterwegs. Bin unterwegs. Jo, ich war ein bisschen langsamer. Ja, jetzt ist fast keiner links gefahren, ne? Weil alle wahrscheinlich denken, oh, da fahre sowieso alle links. Oh, nee. Großer Panzer, großer Panzer. Oh. Ich bin bei dir. Okay. Direkt lieber behind you. Da drüben müsste ja schon einer stehen, oder? Ja. Der fährt dann nach rechts rum. Oh, die Idee hat mehr. Das ist gut. Sehe ich. Aufwahrunfall, aber du weißt ja, der, der aufhährt, der kriegt Schuld. Ja, teilschuld hat jeder. Warum? Weil mein Bremslicht nicht geht beim Panzer oder was? Oh, da kommt was. Wo? Das ist wieder... Warum gehe ich immer auf die Großen, ey? Ich verstehe es nicht. Genau, so blöd. So, wo ist der Brutzi? Da. Komme ich hier durch die Mauer? Kann ich da durchbrechen? Na super, von hier sehe ich nichts. Den hat's mal gedingst. Gut unterstützt. Wow. Da ist irgendein dicker Fisch da. Ja. Aber jetzt gehen sie alle, komm. Ja, ich versuche hier gerade noch zu wenden in drei Zügen. Oh. Hausecke. Krieg ich, krieg ich. Nein. Kommst du dir? Habe ich nicht gekriegt. Den wollte ich unbedingt haben. Oh, hier knallt's gerade richtig, ey. Jo. Irgendwer hat mich ins Visier genommen gehabt. Mann. Wir haben sie nicht mal angekratzt, der ging nicht durch. Wir haben sie nicht mal angekratzt, der ging nicht durch. Und tot ist er. Scher durch, röpfe dich. Ey, ich habe einen Treffer gemacht. Cool. Treffer oder ein Kill? Einen Treffer. Komm, los, los, los. So viele sind sie mehr. Oh. Jeder will da drauf. Okay, das war's. Ja, dann Vollgas. Nein, das war's mit... Ja, Vollgas, sag ich doch. So, jetzt bin ich mal gespannt. Bericht. Ähm, 30 Schuss abgegeben und sieben Treffer. Schuss abgegeben, 80. Direkttreffer 19. Durchschläge 3. Gesamtschaden, 35. Voll schlecht. Okay, ich habe einen Gesamtschaden von null, obwohl ich sieben Treffer habe. Voll gut. Egal, aber das nächste Gefecht. Wir sind halt einfach noch, äh, ne? Ja, relativ am Anfang. Ja. Aber wartet nur, wenn wir die 6 Millionen Millimeter Munition haben. Richtig. Ich habe jetzt gleich den Panzerwagen 2, Panzerkampfwagen 2, den G, den Gustav. Matilda. Die dicke Matilda. Alter, das sieht ja immer schön aus hier. Was ist das für eine Karte? Steppen heißen die. Jawohl, stepp ab. Wo bist du? Da. Wir sind die kleinsten Panzer. Aber guck mal, das schaut doch mal schick aus. Also einfach Blitzkrieg, oder wie? Äh, jo, wir fahren nach links auf die Straße. Jetzt kommen die ganzen Spieler nicht hier rein. 1, 2, 3, 4 sind ja zu viel noch. Links auf die Straße, sagst du? Ja. Damit rechnen die bestimmt nicht, dass wir so hoch sind. Also Blitzkrieg, alles klar. Get up, step up. Jetzt ist Blitzkrieg. Boah, Staus und Wartezeiten. Ah, nein. Lass das. Ich fett von zwei Großbandern in die Mange genommen. Da ist die Straße. Stell dir auf die Straße, dann gehen wir auf die Straße kommen. Ja, ich komme jetzt auch, nachdem ich einen kleinen Stau hatte. Jetzt ist hier im Witzkrieg. Ich suche mir gerade mal eine Deckung. Ah, da, der Felsen da zum Beispiel. Ich bin klein und passe dahinter. Oh, da kommt gerade einer hochwärts. Da war einer. Der hat irgendwelche spezielle Muni benutzt. Ne, es geht ja wohl in dem Spiel, also so habe ich das verstanden, darum, wer die bessere Munition sich originiert. Wir zielen gerade auf denselben. Woher weißt du das? Weil ich meine Turmbewegung genau synchron mit deiner sich gerade bewegt hat. Sind sie alle weg. Ich habe Angst. Zurückziehen. Spotted rechts. Oh ja. Ups. So, jetzt natürlich bergauf. Und jetzt waren wir beide weggemerkt. So, wumms. Oh, das sind ja mega viele von uns. Weg da. Ich schieb dich aus der Deckung. Nein, Spaß natürlich nicht. Da fährt einer, da fährt einer, oder? Ne, der ist noch hinter dem Hügel. Rechts von uns. Also, von dir jetzt rechts. Ich fahre einfach mal da lang. Da will einer Hilfe. Der da hinten. Wir kommen. Wir helfen dir. Ist zwar zu spät, bis wir da sind, aber wir versuchen es. Außerdem. Oh, 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 oh. Was los? Ja, ich habe gerade nicht drauf geachtet, wo ich langfahre. Der soll doch mal hochkommen, der Lump. Ah, der Lump. Die stehen ja alle hinten in der Kuhle, die Assis. Wir wissen schon, warum. Oh, du bist ja schon wieder voll viel weiter, ey. Ich halte einfach mal hinter. Hast du gerade kassiert? Ne. Bist du eigentlich? Ich höre dich schießen. Pass auf, die fahren hinten vor und zurück, ne? Sehe ich denen so noch ein Stück vor? Das hat ja nichts gebracht. Ah, jetzt sehe ich auch ein bisschen was. Der ging nicht durch. Der ging nicht durch, sagt er. Nicht. Oh, Brutzi kommt von oben. Oh, 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 oh. Weg, weg, weg. Hat es irgendwie nicht so. Aber ich habe ihn abgelenkt. Das war gut. Das hat er gar nicht so gescheitert, glaube ich. Schauen wir, ob ich hier irgendwas erreichen kann. Blitzkrieg. Oh, kommt der rüber? Jawohl. So, komm, wir umkreisen den Typen jetzt. Während der sich vorne einen abfeiert, kommen wir von hinten und von oben. Oh, nicht mal angekratzt, sagt er. Oh Gott. Oh, Abraller. Ne. Jawohl. Jetzt ist hier Blitzkrieg. So, da hinten. Ach, da, ja. Ob wir das noch schaffen, rechtzeitig anzukommen? Es sind noch fünf Gänger sind es noch. Theoretisch könnten wir auch schauen, dass wir in die Basis kommen. Ja, schauen wir mal. Ich werde jetzt quasi... Ich hole mir den Typen da noch. Oh, an der Basis. Oh, da haben wir einige gespottet jetzt. Ja. Oh, ob ich da durchkomme? Natürlich komme ich da nicht durch. Ich unterstütze mal den einen da. Oh, scheiße. Ja, da steht ein Vetter, ne? Der ist tot. Ja, und der hatte voll weh... Hast du den denn jetzt geholt? Du Lump, ey, den hab ich so runtergeschossen. Du Lump, sagt er. Ja, das war meiner, ey. Hallo, das ist Krieg. Ja. So, also, ich bin in der Base. So, das war's. Ja. Ich war gerade in der Base. Yes. So, sagen wir hier mal, aktuell... Bericht hier. 88 Schaden habe ich gemacht. Und zwei Gegner beschädigt. Und Schaden habe ich 161 ermöglicht. Oh, ja. Da freut er sich. So, jetzt kaufe ich mir erst mal hier die Erweiterung von meinem Forschung. Genau, ich schau mal hier. Was kostet denn das? Äh, erforschen würde ich das gerne. Moment, Sekunde. Waffenkammer... Ne, nicht Waffenkammer. Äh, auch nicht Kaserne. Äh, Forschung. Jetzt so. Äh, und zwar hatte ich erforscht den Deutschen. Äh, den da. So, und da holen wir uns jetzt, äh, den Kollegen hier. Geschütz 3 cm MK-103. So. Garage. Und dann stütten wir den auch damit aus, dem Kumpel. Was hast du für ein Geschütz schon? Der ist MK-103, oder? 3 cm MK-103, ja. Scheiße. Oh, guckt euch mal der Wummel an hier. Junge, 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 du. Ui, 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 ui. Ich brauche wieder ein bisschen Geld verdienen jetzt. Genau, ab geht's, äh, zum Geldverdienender. Brutzi, der hat noch nicht denselben wie ich, schade. Nein. Na doch. Hab ich ihn nicht ausgewählt? Oh, na, im nächsten Match dann. Quasi in der nächsten Aufnahme dann. Beziehungsweise mal gucken. Vielleicht schaffen wir ja zwei Gefechte noch. Ja. Weil wir gucken, dass wir wieder so ungefähr auf eine halbe Stunde kommen, um den Freitag halt beizubehalten. Ja, im nächsten Match kann ich ihn ja einstellen, aber jetzt hab ich aus Versehen noch den falschen gewählt. Fuck. I, F, H, Alter, was sind das für... Rack auf. Aber es ist kein... Toll, die. Da lädt er bei mir gerade aber viel länger. Alter, was ist das für eine Map? Und ich hab ja nur jetzt auch nicht den schlechtesten Rechner, wie manche wissen. So. Oh, das sieht ja ganz angenehm hier aus. Äh, ich würde sagen, wir fahren dann einmal hart rechts. Na wohl. Hart rechts. Ich glaub, hart links ist, glaub ich, besser. Welches hart links oder rechts meinst du? Wir fahren direkt, also wenn du auf die Karte guckst, nach Süden über die Brücke in das Zentrum und biegen dann nach rechts ab. Also auf der Straße, wo ich hier stehe, einfach links weg. Ja, genau. Brumm, 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 brumm. Brumm, 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 brumm. Ach, guck mal. Ähm, wir sind in einem Team, deshalb steht die Eins vor uns und die anderen, die... Hab ich schon gesehen. Auf dem Bein Gegnern siehst du es auch. Die haben auch... Ja, genau. Die haben Dreierteam und Zweier. Los, los, los. Ja, wenn auch ihr mal Bock habt, äh, World of Tanks mitzuzocken. Oh nein, ich bin... Oh Gott, bin ich ein Idiot. Was denn? Ich hab keine Munition gekauft. Kannst du nicht schießen? Nein. Ja, nein, wir sind keine Noobs. Wollte ich nur sagen. Wir sind keine Noobs. Feiern unmöglich, keine Munition. Na gut, dann bin ich halt Kanonenfutter und ramme die anderen weg. Oder lockse für dich aus der Deckung. So, hart rechts. Ich nutze mal ein bisschen hier das Hügelterrand. Oh, 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 ach da. Ja, ich hätte euch so gerne meine Wumme demonstriert. Gespottet. Oh, ich komme da nicht hoch. So. Oh, da geht's los. Ich spotte einfach die Leute und... Ist er tot? Ja. Äh, gespottet. Schützt mich. Ich verstecke mich hinter Brutzi. Oh, wenn Brutzi wegfährt, ist das eine doofe Idee. 10% hat er noch. Der ging nicht durch. Der hat sich nicht mal angekratzt. Bum, bum, bum. Der ging nicht durch. Jawohl. Der ging durch. Rechts. Oh ja, ich seh's Gott. Ich presche einfach mal vor. Das ist so ein großer, da habe ich Probleme. Ja, ich würde sagen, wir versuchen uns einfach die Basis zu ruschen. Äh, wow. Wir spottet. Ja, ich hab's gehört. Der brennt es aber auch nicht. Dann, du, don't block me. Du Sonntagsfahrer. Ich lock das Feuer auf mich. Die blockst gar nichts auf dich. Meine Kette ist getroffen. Klar schießen die auf mich. Aber warum, wenn du ein Leck bist denn das, wenn wir jetzt gerade so... Ist das auch gerade hart ein Leck? Boah. Ich hab gerade einen harten Treffer klassiert. Ich hab gerade einen harten Leck. Ich komm mal mit in die Base. Jo, Vorsicht, da steht einer zwischen den Häusern. Wo? Ach, da hinten. 15, hab's. Oh, scheiße. Fuck. Hat er dich auch erwischt? Ja. Ich bin komplett im Arsch. Wow. Ja, ich bin tot. Oh nein, ich hab meine Kette verloren. Ja, ich hab den Turm und, äh, hier Kette und Turm blockiert. Der kriegt mich aber nicht kaputt, ne? Ich kann leider... Ich warte jetzt einfach hier. Oh, ich bin repariert. Ja, die reparieren wir. Du reparierst dich ja auch langsam. Dann fahr ich hier weiter im Kreis. Ja. Und trauerst du um meinen, um meinen Totenpanzer. Ja, ich fahr um Brutzis Totenpanzer. Ja. La, la, la. Ist das schlecht? Voll. Kein Schuss Munition. Deswegen hab ich das bei mir auf automatisch stehen. Der kauft einfach immer automatisch noch. Ja, aber wenn du was Neues, äh, kaufst, musst du das neu einstellen. What? Ja. Weil ich hab das bei mir auch auf automatisch stehen. Hey, ich hab schon 52%. Mega Hunger hab ich, ey. Und ab in die Kuhle. Wuppa. Alter, wenn du das machst, ne? Als einziger, der dann die ganze Zeit im Kreis fährt, ey. Das wär so geil. Und ich hab's live. Ja. Ich zieh dich auch. Ich bombardier dich gar nicht. Ach, guck mal. Jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie, ne? Die Lumpis. Wo ich die Gegend gesichert hab, weißte. Ohne Munition. Keine Granaten steht bei dir. Ja, so ist das halt. Ja, äh, gewonnen, ne? Ja. Hihi. Ja, war auch nur noch ein Gegner da, also. Aber sehr lustig. Oh, ja. Sehr, sehr lustig. So, wie schaut's aus? Ausführlicher Bericht. Eroberungs- und Verteidigungspunkte 88. Oh. Automatisches Munition nachfüllen 5760. Das war ein reines, miese Geschäft. Diesmal mit minus 1900 bin ich aus dem Gefecht raus. So. Ja, ähm. Ja, jetzt hat er auch automatisch nachgefüllt nach dem ersten Gefecht. Das ist ja toll. Tja, Freunde, ähm, das war die erste Woche von World of Tanks. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wenn Brutzi und ich versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. An uns zu reißen. Panzer Marsch. Panzer Marsch. Auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.